Ich bin jetzt hier mit Adrian Brozschi, Leiter der Marktschweiz von Oettinger Davidoff. Adrian, vielleicht kannst du uns allgemein sagen, wie ist die Stimmung auf dem Zigarrenmarkt? Wie läuft es? Also, eigentlich bin ich recht überrascht. Die Stimmung ist viel besser, als ich eigentlich erwartet habe. Und man soll jetzt nicht einfach so eine gute Stimmung machen, sondern das ist tatsächlich so. Unsere Besuche sind sehr erfolgreich, also die Leute kommen zur Messe und sie kaufen auch Wein. Am Samstag war ja der Publikumstag. Haben wir gespürt, dass die Leute gekommen sind oder weniger? Ja, wir haben jetzt zum dritten Mal in diesem Jahr, also das dritte Jahr ist jetzt das, wo wir den Publikumstag haben. Und es hat jedes Jahr ein wenig mehr dazu gegeben. Es ist aber nach wie vor eine Fachmesse und das wird es auch immer bleiben. Und den Samstag machen wir einfach für die Freunde der Zigarren. Und wir hoffen, dass jedes Jahr ein wenig 20, 30 Leute mehr kommen, um die guten Sachen, die neuen Sachen bei den Zigarren zu sehen zu können. Wir haben ein paar schöne Sachen im Bereich Camacho. Da kommt eine neue Serie, eine Criolo-Serie auf der März in der Schweiz. Wir haben selbstverständlich unser Highlight von diesem Sommer, das ist Davidoff Puro Toro, wo wir jetzt auf Messe auch Dettui und Zähne-Kistchen lancieren. Wir sind sehr aktiv im Bereich Raucherlounges mit AWO, auch mit Davidoff. Wie steht die Entwicklung? Auch das im gleichen Tempo weiter? Oder habt ihr auch die Entwicklung der Gesetzeslage im Hinterkopf? Das ist tatsächlich einer unserer Schwerpunkte, dass wir die Händler und die Leute unterstützen, die gute Raucherzonen arbeiten wollen. Gute Zonen, in denen man gute Zigarren geniessen kann. Und wir haben in den vergangenen Jahren rund 30 mal solche Initiativen unterstützen. Und wir werden auch in Zukunft weiterhin dabei bleiben, um Leute mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, die sich in diesem Bereich engagieren. Herzlichen Dank für die Auskünfte. Es ist kein Geschehen, Mann. Alles Gute. Ciao. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.